vor einer ganzen weile habe ich mir einige colibri produkte gekauft heute stelle ich euch nur den booster der post davor von leon und wie mir das produkt gefällt das ist schon reichlich leer sage ich dir nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und wir sprechen heute über den das muss noch mal gucken barrier booster von leon von colibri und der leon ist x-gint her den kennt man auf instagram und der reihe an produkte herausgebracht für colibri und darunter ist der bayer poster und der hat mich von vornherein gleich super krass interessiert weil hier eben diese textur ist also etwas ganz leichtes man kann es unter make up tragen und es wird nach dem geligen produkt aufgetragen und man hat fünf ceramide ich stehe inzwischen echt auf ceramide es ist panthenol drin es ist ectoin drin und das wirkt so berühmt auf die haut kann ich wirklich empfehlen also man sieht hier auch gerade die schramme die ich im gesicht habe und das sind solche sachen ja halt wirklich wirklich heilig weil wenn du so eine schramme im gesicht hast da packst du kein keine säure drauf oder so da bist du echt froh wenn du irgendwas im haus hast was die ganze geschichte ein bisschen zurücknimmt die colibri produkte sind natürlich etwas teurer aber man bekommt echt viel produkt und muss nicht unwahrscheinlich viel verwenden ich habe die sachen im juni bestellt ihr könnt euch jetzt vorstellen wie lange das mir jetzt gehalten hat und dieses produkt kommt immer dann wirklich zum nutzer wenn ich einfach merke meine haut ist sehr unruhig irgendwie vielleicht habe ich sogar um mit säuren übertrieben bisschen oder mit retinol übertrieben so ein bisschen und dann sollte man einfach auch mal eine pause machen und für solche pausen ist das hat einfach gut oftmals nämlich das einfach morgens mit einem öl zusammen das sonnenschutz voila es wird empfohlen das produkt einzuklopfen ich bin die schnelle und ich habe es mir ein aber es zieht auch unwahrscheinlich gut ein das ist zum beispiel auch für jeden was der irgendwie eine hautkrankheit beispielsweise neurodermitis oder so dass dann wirklich super also ich habe viele zuschauer die ihm sagen ich habe keine lusten und die ganze land der produkte ins gesicht zu schmieren das hier ist ganz 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 leicht und kann ohne weiteres echt unter dem sonnenschutz getragen werden das fällt überhaupt nicht auf und das ist nicht klebrig überhaupt nicht das lässt sich so leicht wirklich auftragen ich werde natürlich auch wieder die inhaltsstoffe posten mit 33 euro kostet das produkt natürlich ein bisschen mehr immer wieder die augen aufbehalten colibri cosmetics stellt oftmals solche setzt zusammen und in den setzt ist das günstiger also diese ganze bestellung die ich damals getätigt habe hat mich halt 150 euro gekostet aber wie gesagt man hat hat auch unwahrscheinlich lange an den produkten und das glas also film das wichtig ist super hochwertiger pumper mit dem da ich gar nichts zu meckern es gibt es echt so punkt spender wurde drauf drückt und da kommt einfach viel zu viel raus hier einer ein punkt schluss ist mir stellenweise wirklich zu wenig möchten die meistens zwei und dann bin ich halt echt wahnsinnig zufrieden und ja also ich habe das bei leon gesehen dass er das ausgebracht hat und ich musste eigentlich im endeffekt gar nicht nachdenken denn das ist genau was was ich halt eben auch mit beispielsweise der urea creme von balea mischen kann denn ich sag ja immer von der urea creme da fehlen mir die ceramide irgendwie dran und das noch da zusätzlich irgendwie unter der creme tragen super gut und da habe ich auch eine richtig schön satte tolle beruhigte haut und der hier beruhigt sich jetzt auch schon langsam wieder gott sei dank da bin ich echt froh dass man ja sowas zur verfügung hat colibri kosmetik gibt es unter anderem auch bei amazon aber da empfehle ich euch immer wirklich das eben auf den eigenen website zu kaufen klar wenn irgendwie so ein neues produkt rauskommt und bei coli bekommt gerade unwahrscheinlich viel raus aber die produkte naja unwahrscheinlich viel würde ich jetzt nicht sagen aber ich habe jetzt schon wieder zwei produkte gesehen die neue sind seit ich bestellt habe und da einfach wirklich die augen auf behalten man kann sich glaube ich beim newsletter anmelden bekommt noch mal zehn prozent und wenn man leon also x skin care e guckt der hat manchmal solche rabattcodes und wirklich mal so ein bisschen auch auf die sets gucken vielleicht ist eine kombination drin die einen eh interessiert und man sich mal wirklich was gutes tun möchte denn ja sie sind natürlich ein bisschen hochpreisiger ist aber noch nicht das höchste aber sie sind perfekt durchdacht sie funktionieren und überhaupt gar nichts zu meckern überhaupt nichts zu kritisieren ist relativ schwierig gerade doch irgendwie was zu finden was ich über das produkt doch sagen kann denn er hat noch nie so ein tolles produkt von und außer für was ich vielleicht verwendet habe ich habe eine zahl lang unterm arm immer wieder probleme gehabt jetzt auch gerade leider wieder und diese haut stellenweise hat wirklich gereizt ohne ende und selbst da packe ich das drauf also ich beziehe mich nicht nur aufs gesicht wenn ich irgendwo an der stelle hat wirklich an der stelle am körper irgendwie richtig unruhige haut habe dann kommt es drauf und das funktioniert hat einfach jedes mal aufs neue also diese also ich habe jetzt nicht 33 euro bezahlt weil ich eben so ein set gekauft habe aber diese jetzt mal 30 euro waren unwahrscheinlich gut angelegt hast du andere erfahrungen mit dem produkt gemacht das ist wichtig schreibt es gerne unten in die kommentare denn dann kann der käufer so ein bisschen abwägen kauft das produkt oder kaufe ich nicht ich habe euch den link unten in die infobox rein gepackt da kommst du direkt zum produkt ich melde mich an der stelle wieder ab bedankt mich bei dir fürs einschalten gibt mir gerne einen daumen nach oben und hinterlässt einen kommentar ich melde mich ab sagt danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal tschüss